Neurologie, Nevenheilkunde Neurologie, Nevenheilkunde Diagnose, und Therapie von Erkrankungen, des zentralen, und peripheren Nervensystems Anästhesiologie und Intensivmedizin Anästhesiologie und Intensivmedizin Dieser Fachbereich umfasst Anästhesie, Notfallmedizin, und Schmerztherapie. Unfallchirurgie Unfallchirurgie Behandlung von Verletzungen, des Bewegungsapparates, das heißt, der Knochen, Muskeln, Bänder, und Sehnen. Pädiatrie Kinderheilkunde Pädiatrie Kinderheilkunde Pädiatrie Umfasst die Entwicklung des Kindes, seine Krankheiten, und deren Behandlung und Vorbeugung. Geriatrie Altersmedizin Geriatrie Altersmedizin Behandlung, von alterstypischen Erkrankungen, wie Demenz, Parkinson, und Osteoporose Kardiologie, Herzmedizin Kardiologie, Herzmedizin Diagnose, und Therapie von Krankheiten des Herzens Hals, Nasen, und Ohrenheilgunde, HNO Hals, Nasen, und Ohrenheilgunde, HNO Behandlung von Krankheiten, und Verletzungen der Ohren, oberen Luftwege, sowie Rachen und Kehlkopf Gynäkologie, Frauenheilgunde, und Geburtshilfe Gynäkologie, Frauenheilgunde, und Geburtshilfe Behandlung, von frauenspezifischen Gesundheitsproblemen, und Betreuung, Überwachung normaler, und gestörter Schwangerschaften Pneumonologie, Lungenheilgunde Pneumonologie, Lungenheilgunde Behandlung von Lungenkrankheiten Dermatologie Dermatologie Behandlung von Hautkrankheiten Urologie Urologie Chirurgische Behandlung, von Nieren, und Harnwegen, Harnleiter, Blase, Harnröhre Endokrinologie Endokrinologie Behandlung von Hormon-, und Stoffwechselerkrankungen Neprologie Neprologie, Nierenheilkunde Neprologie, Nierenheilkunde Nichtchirurgische Behandlung, von Nierenerkrankungen Gastroenterologie 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 Behandlung von Magen-, Darmerkrankungen Orthopädie Orthopädie Behandlung, von Erkrankungen des Bewegungsapparates, wie zum Beispiel, Knie-, Hüftgelenkserkrankungen Onkologie 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 Diagnose, und Behandlung von Tumoren, mit Chemotherapie, und Bestrahlung Hämatologie Hämatologie Behandlung von Blutkrankheiten, und Blutbildenden Organen Viszeralchirurgie, Abdominalchirurgie Viszeralchirurgie, Abdominalchirurgie Chirurgische Behandlung, von Bauchorganen Palliativstation Palliativstation Behandlung, und Begleitung schwerkranker, und sterbender Patienten, in ihrer letzten Lebensphase Zahn, Mund, und Kieferheilkunde Zahn, Mund, und Kieferheilkunde Operative Eingriffe, an Zähnen, und Kiefern, für die eine Vollnarkose erforderlich ist Ophthalmologie Augenheilkunde Ophthalmologie Augenheilkunde Behandlung von Krankheiten, und Funktionsstörungen, des Sehorgans von Krankheiten Zehenden Behandlung von Krankheiten Behandlung von Krankheiten Behandlung von Krankheiten Autor Behandlung von Krankheit